Es gibt diesen berühmten Spruch, Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit den Vorsagen, weil sie grundsätzlich immer falsch sind. Wenn wir jetzt schauen, was technisch betrifft, die großen technischen Neuren in den letzten Jahren, die wirklich unser Leben verändert haben, das hat eigentlich niemand vorausgesehen. Das Internet hat so niemand vorausgesehen, die ganzen Smartphones hat so niemand vorausgesehen. Oder beziehungsweise, es gab immer wieder mal, es gibt schon seit Jahren, aber wie das dann tatsächlich kommt und zu was für Änderungen das führt. Ganz banal, dass so etwas wie Kipete dazu führt, dass ein Brockhaus nicht mehr erscheint.